Irgendwie kann ich nicht schlafen. Irgendwas ist doch da draußen. Hm. Ich geh mal ein bisschen an die frische Luft. Also, eine schöne Nacht heute. Was? Was ist das da hinten? Hallo? Wer bist du? Ich geh der Sache mal nach. Aber wo ist es langgelaufen? Hm. Was ist das hier? Irgendwo hier war sie doch eben gerade. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Hey. Hey du. Bleib stehen. Da ist sie. Wo ist sie hin? Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich glaube, hier ist sie rein. Wow. Was zum, äh, wie. Das ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen. Wo ist das überhaupt? Vielleicht hier ist eine Lampe. Aber hier scheint an Zeit nichts zu sein. Irgendwie war er wohl schon seit langer Zeit nicht mehr mehr. Hier ist ja schon alles ganz schön verstaubt. Oh, hier ist ein Knopf. Ah, Licht. Hier ist alles schnell ist teilweise verwuchert. Aber hier geht ein Gang. Ich werde mal reingucken, wo das Mädchen hingerannt ist. Hm, ich glaube, sie ist hier reingelaufen. Ich mach mal das Licht an. Verdammt dunkel, ja. Ist das Lava? Ich will es gar nicht wissen. Hm. Hier ist Eis. Verdammt. Verdammt. Oh Gott. So. Was ist das jetzt? Das wird hier mal tiefer. Dahin ist aber irgendein Gang. Ich sehe noch irgendwas. Komisch, aber es ist ziemlich düster hier. Ich kann kaum was sehen. Also, ich glaube, das ist ein Spinnenweben. Verdammt. Was zum Teufel ist das denn? Da ist das Mädchen. Äh. Oh Gott, was ist das denn hier? Hallo? Wer bist du? Und was machst du hier unten? Ich habe dich schon erwartet, Anna. Wo erkennst du meinen Namen? Das ist unwichtig. Ich habe dich schon seit einer gewissen Zeit im Blick. Äh. Wie meinst du das? Ich war bei all deinen Taten anwesend. Aber ich hab dich dort nie gesehen. Du kannst mich auch nicht sehen. Okay. Und wer bist du? Ich sage dir meinen Namen bei unserem nächsten Treffen. Wir werden uns wiedersehen, Anna. Aber woher soll ich wissen, dass wir uns wiedersehen werden? Vertraue mir. Und dafür, dass du diesen Weg geschafft hast, sollst du auch belohnt werden. Okay. Wo ist sie denn und wo kommt die Kiste her? Ein Diamant. Merkwürdige Frauen. Naja, ich werde dann wohl wieder zurück zu meinem Haus gehen. Wird ja mal merkwürdiger. Und wer zum Teufel bist du eigentlich? Ich habe dich schon erwartet, Angmar. Ich habe dich schon erwartet, Angmar. Okay, warte. Jetzt haben wir gleich. Warte. Äh, stand ich schon hier vorne oder stand ich noch da drin? Okay, warte kurz, warte kurz. Okay, warte. Warte. Oh, scheiße. Da sieht es aus, ich glaube. Äh. Was ist das hier? Und wer bist du und was machst du hier? Hallo, Angmar. Ich habe dich schon lange erwartet. Scheiße, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ey, ich kann das nicht. Du fickt den Psycho, Alter. Ich kann das nicht. Warte. Ich fick dich, Jeff. Ich fick dich einfach zu hell. Was ist das hier für ein Ort und wer bist du und was machst du hier? Hallo, Angmar. Ich habe dich schon erwartet. Woher kennst du meinen Namen? Ich beobachte dich schon seit langem, Angmar. Das ist jetzt nicht die Frage. Ich muss scheißen, verwickelte Scheiße. Aber scheißen. Was ist das hier für ein Ort und wer bist du und was machst du hier? Ich habe dich schon erwartet, Angmar. Hast du mich hierher geführt und wer bist du überhaupt? Das ist unwichtig. Ich habe dich schon seit Geräumerzeit im Blick. Äh, okay. Und, äh, was ist das hier für ein Ort? Eine Kathedrale. Okay. Ja, und was machst du hier unten? Ähm, das ist nicht die Frage jetzt. Ich war bei all deinen Taten und Erkundungen bei dir. In der Pitzel, in der Stadt und in der versuchten Zivilisation. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay. Junge, das war Fell, Mann. Du hast scheiße. Du hast scheiße. Was ist das hier für ein Ort und bist du, die mich hergeführt hat? Ich habe dich schon erwartet, Angmar. Was machst du hier? Das ist unwichtig. Ich habe dich schon seit geraumer Zeit im Blick. Wie meinst du das? Bei all deinen Taten war ich bei dir. In der zerstörten Stadt, in der Pitzel und in der versuchten Zivilisation. Aber ich habe dich dort nie gesehen. Ich bin eine Hexe. Ich kann fliegen. Du schlägst auch was für Scheißfragen. Ey, ich kann fliegen. Du sollst verdammte Scheiße. Aua! Ihr vergewaltigt mich. Galo ruft an. Oh, Kevin! Ey, mein, was das für ein Macht, Alter. Ja, mir klärt wohl ganz groß, Junge. Jetzt ernstlos, wir versuchen schon. Nein, thanks, vergessen. Hallo? Was ist das hier für ein Ort und was machst du hier? Ich habe dich schon erwartet, Angmar. Woher kennst du meinen Namen? Das ist unwichtig. Ich habe dich schon seit geraumer Zeit im Blick. Was meinst du damit? Ich war bei all deinen Taten bei deiner Seite. Okay. Aber, ähm, ich habe dich dort nie gesehen. Ich kann mich unsicher machen, denn ich bin eine Hexe. Das sieht man dir aber nicht an. Sagen viele. Nein, ich bin kein Hex. Sagen viele. Einmal... Du sagst doch einfach, wer bist du. Un PH 5 Ich war der Einziger, der auf einen Schadern auf einer Seite. Und dann mit im池 rausstiegs sie緣 states